Heyo Leute, willkommen zu diesem weiteren Daddy-Blog, Leute. Wir sind auf jeden Fall mega müde und zwar, ja, wir waren gestern beim Konzern, das war mega nice. Und jetzt ist Abreisetag und zwar schon um 9 Uhr und deswegen, keine Ahnung, Leute. Ich saß an, bin ich hier geschlafen. Ja, Leute, ich musste mein Bett ein bisschen wegschneiden von Jona, weil Jona so schnarcht wie so ein Esel, Alter. Ich hab dieses Headset gegen ihn geworfen, dieses Ding und dieses Ding und dann hat es irgendwann aufgehört. Leute, ich hab diese Rolle einfach mega für mich entdeckt. Die stehen einfach jeden Tag vorm Hotel und ich grab mir dann einfach einen Ding. Einfach nur nice. Das Ding ist, Leute, es steht immer genau einer vorm Hotel, das heißt, Jona muss überlaufen. Mann. Mann. Ey, komm wir tauschen, komm. Wui. Mann kennt ihn, Leute. Und wir sind wieder in Köln. Köl, 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 Köl. Okay, da habe ich bergeleitet ganz zu Hause, meine Freunde, jetzt warte ich nur fürs kleine Brodde. Brodde. Brodde, hallo. Hallo, kleiner Mann. Brodde, 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 Brodde. Lauf Brodde. Das hab ich auf jeden Fall mega vermisst, das ganze Brodde-Geschrei. Leute, ich habe mega nice News und zwar Ich habe hier ein wunderschönes Heft liegen und zwar von der Bravo Oh mein Gott, ja, jetzt ist die Bravo, meine Freunde Bro, die willst du mitlesen? Willst du mitlesen, Brode? Und zwar, meine Freunde, habe ich mehrere Informationen erhalten, dass ich vielleicht in der Bravo sein könnte Ja, Spaß Leute, ich weiß jetzt natürlich Ich habe auch ein Interview mit der Bravo gemacht Und hier bin ich, Leute Ihr seht es auf jeden Fall nicht zu verwechseln, meine Freunde Haha, witzig, das ist schon ein Mendes Leute, ich würde sagen, wir scrollen mal ein bisschen durch die Bravo und zwar Gucken wir mal, wo ich hier bin Nein, das bin ich nicht Nein, das bin ich nicht Nein, da bin ich ja wieder Spaß beiseite, Leute Da bin ich nicht Da bin ich auch nicht Wer ist das? And this is the Flash, the doggy Flash, du bist in der Bravo, Brode Wo ist sie? Ja, Brode Ich habe, das ist irgendwie wirklich voll weird, weil ich war noch nie in einer Sideshift und so drin Und jetzt auch noch, hier sind einfach so viele Bilder von mir Da bin ich, da bin ich Sogar mit Basch, Basch Da bin ich mit Basch, Basch Da bin ich, da bin ich Einfach nur nice Und ich bin sogar hier als Star kategoriert, Leute Von Daily Vlogs zum Kinostar Hey Moritz 16 über seine YouTube-Star-Jobschancen und die erste Wohnung legt Eieiei Einfach nur uff Also Leute, hier ist doch immer Riesenbeifahren Ihr könnt auf jeden Fall das gerne durchlesen und würde ich euch selber holen Ich habe da ein bisschen über mein Live-Gerät, auch wenn es ein bisschen zusammengefasst wurde Ich habe eigentlich so locker eine halbe Stunde gelabert, aber es ist auf jeden Fall ganz nice Witzigerweise steht hier unten Vor einem Monat hat sich Herr Moritz einen Welpen geholt Flash Ist jetzt sein Brodde Sein Brodde Da steht einfach Brodde Brodde, ja Brodde, hallo Lauf Brodde Einfach nur nice, Leute Einfach nur nice Oh mein Gott Und ich glaube sogar, wenn ich ein bisschen mehr weiter schrolle Ich glaube, wenn ich weiter schrolle 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 Dann müsste hier sogar auf ganz entspannten Poster von mir sein Okay Leute, wir reißen uns mal raus Achtung Ich mache die jetzt leider kaputt, aber egal 3, 2, 1 Ja Brodde, f***st du gerade den Alfie? Oh mein Gott, er f*** den Alfie Oh mein Gott, was ist hier los, Dig Okay Leute, aber Kommen wir mal wieder zum Waren Und zwar einfach ein Poster von Misfit Mit mir drauf, Digga Einfach nur nice Einfach nur nice Dass man einfach mal in seinem eigenen Kino für ein Poster ist Hätte ich nicht gedacht, Leute Leute, ich will euch einfach nur noch mal daran erinnern Ich komme aus einer mini Kleinstadt Und ihr könnt einfach alles erreichen, was ihr wollt Wirklich Da bin ich, meine Freunde Das hätte ich niemals gedacht Leben still wie meist Einfach krank Setzt euch große Ziele Und tut alles, die ihr zu erreichen Und ihr werdet das auf jeden Fall schaffen, meine Freunde Einfach nur krass Einfach nur krass Die letzten 3 Videos waren auch immer mega nice Wir wurden eingeladen von der Firma Wir wurden mit einer Limousine rumgefahren Sind auf dem Post Malone-Konzept Auf VIP-Karten eingeladen worden Einfach nur krank Guckt euch das auf jeden Fall auch noch mal an Und ich weiß nicht Das ist einfach so eine Ehre, dass ich das hier einfach diesen Traum leben kann Außerdem, meine Freunde In der Zeit, wo ich weg war Habe ich ein nices Paket bekommen Und zwar Ich glaube Ich glaube, ich weiß, was drin ist Wenn es das ist, was ich denke, wäre mega nice Oh mein Gott, meine Freunde Wir haben hier die offiziellen Lightning-Socke Boah, tschüss, wie viele sind das? Alter Jetzt habe ich mal wieder Vorrat für die nächsten 10 Jahre Wenn ihr auch so sexy Socken haben wollt, meine Freunde Ich muss sie einmal auspacken Pures Sexiness, Leute Nice Einfach nur nice So neue Lightning-Socke Das ist ja immer das nice Gefühl Gönnt sie euch, Leute, auf passion.de Wenn ihr auch den Blitz auf dem Fuß spielen wollt Okay, meine Freunde Mit diesem wunderschönen Video würde ich auch sagen Das war es von dem heutigen Vlog Ich weiß, es ist heute etwas kürzer als sonst Aber heute ist es mal wieder etwas kürziger Ein bisschen chilliger Wir hatten eine Rückreise Es war auf jeden Fall eine mega geile Reise, Leute Lasst auf jeden Fall ein Abo da Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt Und zwar noch viel, viel krasser Also meine Freunde, lasst ein Abo da Meine Freunde, ihr werdet es euch bereuen Auf HeyMorris gibt es jeden Tag nice Unterhaltung Also Leute, wie ich würde sagen Haut rein Bis morgen wieder Und Bis morgen wieder I still want to act, not to ghost Um, wasser Bye Das war's für heute.